Deutsch lernen durch Hören Tanja bekommt BAföG. Tanja und ihre beste Freundin Lisa sitzen in einem kleinen Bistro in der Nähe vom Bahnhof. Sie hören die schweren Züge, die auf den Schienen fahren. Jedes Mal, wenn ein Zug am Bistro vorbeifährt, wackeln alle Gläser und Tassen ein wenig. Die Kellnerin bringt Tanja und Lisa eine große Kanne Kamillentee und zwei Tassen. Jetzt ist die Schule bald zu Ende, sagt Tanja. Sie ist traurig, weil sie gerne in die Schule geht. Es ist bereits Frühling und in wenigen Wochen machen die beiden Freundinnen ihren Abschluss. Lisa nickt und sagt, ja, ich habe schon viele Bewerbungen an Unternehmen gesendet. Hoffentlich bekomme ich eine Arbeit, bevor das Schuljahr vorbei ist. Neugierig schaut Lisa ihre Freundin an. Weißt du schon, was du nächstes Jahr machst, fragt sie. Tanja ist ratlos, sie antwortet, ich möchte gerne Medizin studieren und dann Ärztin werden. Ich träume von meiner eigenen Praxis. Ich will Kindern helfen. Lisa findet das super. Sie fragt, warum Tanja nicht studieren geht. Die Universität ist zu teuer. Ich kann es mir nicht leisten, zu studieren, sagt sie traurig. Plötzlich steht die Kellnerin wieder vor den beiden. Auf der einen Seite arbeite ich hier als Kellnerin und auf der anderen Seite bekomme ich BAföG. Das hilft sehr. Die beiden Teenager sehen sich verwirrt an und die Kellnerin lacht. Das BAföG ist eine Förderung, das heißt, der Staat gibt dir Geld. Er unterstützt dich dabei, eine Ausbildung zu machen. Ich bekomme fast 650 Euro jeden Monat. Mit diesem Betrag bezahle ich meine Miete und mein Essen. Durch meine Arbeit als Kellnerin habe ich für alles andere Geld. Du findest alle Informationen dazu im Internet. Ein Zug fährt am Bistro vorbei und die beiden Tassen auf dem Tisch wackeln. Tanja lächelt. Es gibt doch einen Weg, ihren Traum zu erfüllen und Ärztin zu werden. Die beiden Freundinnen geben der Kellnerin 5 Euro Trinkgeld und bedanken sich für den Tipp. Schiffreben. Ich mache auf dem Tisch.